Hallo und herzlich Willkommen zum Bautagebuch des Sengarden Paraguays und wie immer ein Status was hat sich die Woche getan? Eins muss ich aber natürlich gleich mal vorab gestehen. Wir haben heute nicht Freitag, nicht Samstag, nicht Sonntag, sondern Montag und genau deswegen sehen Sie die ganzen Bauarbeiter auf der Baustelle. Nichtsdestotrotz laufen wir gemeinsam über die Baustelle und Sie können den Fortschritt von letzter Woche sehen. Ich schwenke jetzt einfach noch mal über die Baustelle. Fangen wir gleich mit dem ersten Gewerk an und das ist das Kinchu. Am Freitag bis letzten Freitag sind die sechs Säulen in den Boden gekommen. Sie sind dort mit Zementfundamenten befestigt worden und seit heute morgen arbeiten die Kinchu-Bauer oben an den Verstrebungen. Also die Verstrebungen gehören schon zum Montag, zur neuen Woche, aber die sechs Säulen, das war Freitag der aktuelle Stand. Und hier Nummer zwei, das Haus des Hausmeisters und der spätere Empfang. Und Sie sehen hier unten die Fundamente, die sind bereits fertig und man sieht auch schon ganz genau, wo die Wände sein werden. Die ersten drei Ziegelreihen sind fertig und weiter vorne, wo Sie Fundament sehen, allerdings keine Ziegel drauf, das ist ein kleiner Eingangsbereich und eine kleine Terrasse für das Hausmeisterhäuschen. Ich kann hier noch ein bisschen näher hingehen, aber Sie sehen, viel mehr hat sich bis Freitag nicht getan, aber ich bin mir sicher, Ende dieser Woche dürften die Wände schon deutlich höher sein als heute. Schauen wir uns an, was sich noch getan hat. Letzte Woche wurde auch, jetzt kommt auch noch eine Säge. Ich schalte mal kurz aus. Und hier Nummer drei, die Feststoffgrube. Die Feststoffgrube hat letzte Woche ihren Deckel bekommen. Sie sehen hier zweimal noch Ziegel liegen. Das sind Einstiegspunkte. Falls irgendwas wäre in der Feststoffgrube, kann man hier runtergehen. Und bei dem vorderen Eingang werden wir auch noch mal rein müssen. Das heißt, die ist noch nicht in Betrieb. Hier fehlt nämlich noch die Pumpe. Aber die wird dann in den nächsten Wochen noch eingebaut werden. Ja, und ich schwenke gleich zu Nummer vier. Und Nummer vier sind die Grundsäulen für die ersten beiden Doppelhaushälften. Und Sie sehen hier, es wird gegraben. Ganz hinten im Eck sieht man es, da ist die Säule, das Fundament der Säule bereits fertig. Und man hat bereits wieder Erde hineingegeben. Hier vorne bei den vorderen Säulen. Ich stehe mal gerade hier vor einer und ich zeige Ihnen mal, wie es aussieht. Da wurde, bei den Säulen, die Sie ja alle jetzt gleich noch mal sehen werden, wurde letzte Woche das Fundament gemacht. Das heißt, es wurde dann übers Wochenende trocknen gelassen. Und jetzt wird da wieder Erde aufgefüllt. Und hier, wo einer der Bauarbeiter gräbt, genau auch wie weiter hinten, wo Sie die Hügel sehen, in den wunderschönen verschiedenen braunen Farben tönen, da kommen natürlich auch noch mal Säulen, Säulen, also Fundamente und dann natürlich noch Säulen rein. Und das wird diese Woche passieren. Ich gehe davon aus, dass spätestens Ende dieser Woche alle Vorbereitungen für die Säulen, für die zwei Doppelhaushälften, die wir hier bauen, fertig sind. Und dass dann übernächste Woche eben mit dem Sockel für die Wände weitergemacht wird. Lassen wir uns überraschen, wie weit sie kommen. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Und wie gesagt, im Moment sind es zwar nur Stahlgestänge, die aus dem Boden rausschauen. Aber wenn Sie sich auch noch mal unser Animationsvideo anschauen, das sind die beiden Häuser, die an der Grenze zum Garten stehen. Da können Sie sich jederzeit noch mal anschauen, wie wird das in Zukunft aussehen. Ganz klar, hinter mir, Baulärm, in dem Fall wird gehämmert. Ja, hat Ihnen das Video gefallen, dann freuen wir uns, wenn Sie einen Daumen hoch drücken. Und wie gesagt, vergessen Sie nicht, melden Sie sich einfach auch zum Abo bei uns hier in YouTube an und dann bekommen Sie automatisch von YouTube immer eine Information, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Ihr Zen Garden Team Paraguay